August Wilhelm von Thüner war ein preußischer Generalmajor, Chef des Infanterieregiments Nummer 23, Inspekteur der Infanterieregimenter der Mittelmark sowie Amtshauptmann von Schlandstedt und Oschers Leben, Leben, Herkunft. Seine Eltern waren August Heinrich von Thüner und Christiane Elisabeth von Beulwitz. Sein Vater besaß den Rittersitz Schlettwein-Werdegang Er kam 1732 an den Hof von Sachsen-Eisenach. Mit dem Infanterieregiment Nummer 40 kam er 1741 in preußische Dienste. Er wurde dort am 24. Mai 1742 Second Lieutenant und am 7. Oktober 1746 Premier Lieutenant. 1744 war er bei der Belagerung von Prag dabei und kam dann zum Chor Nassau mit der Einnahme der Festungen Tabor, Budweis und Fraunberg. Die Festungen wurden beim Gegenangriff der Österreicher unter Quilland umzingelt. Der Generalmajor Georg Christoph von Kreizen konnte drei Angriffe abwehren, musste sich aber dann ergeben, da keine Aussicht auf Entsatz bestand. Er wurde mit den anderen in Neuhaus interniert und nach elf Monaten am Ende des Krieges wieder freigelassen. Im März 1757 wurde er wirklicher Hauptmann. Er kämpfte in der Schlacht bei Prag und in Kollen. Er lag danach krank in Zittau, als die Stadt von Österreichern angegriffen wurde. Es gelang ihm, zunächst zu entkommen, wurde dann aber im November 1757 gefangen. Schon im Mai 1758 wurde er bei Jägandorf ausgetauscht. Am 12. Mai 1760 wurde er zum Major befördert und nahm im August an der Schlacht bei Lignitz teil. Er avancierte 1761 zum Oberstleutnant und am 11. Juni 1771 zum Oberst. Im Bayerischen Erbfolgekrieg wurde er am 28. November 1778 zum Generalmajor ernannt und Chef des Infanterieregiments Nummer 23. Im Dezember kämpfte er mit seinem Regiment bei Jägandorf so bravourös, dass König Friedrich II. jedem Soldaten 50-Taler Belohnung gab. König Friedrich II. ernannte ihn zum Inspekteur der Infanterieregimenta der Mittelmark, eine Aufgabe, die ihm nicht gefiel. Dazu bekam er 1781 noch die Amtshauptmannschaft von Schlandstedt und Oschersleben. Am 1. März 1786 erhielt er seinen Abschied und dazu eine Pension von 2000 Talern. Er starb im Juni 1787 unverheiratet in Berlin und wurde auf dem Garnisonfriedhof begraben. Seine Halbschwester Sophie von Thüner war mit dem Freiherrn Karl von Ecklofstein liiert. Nach dem Tod von Ecklofstein nahm er dessen Sohn und späteren General August Karl von und zu Ecklofstein bei sich auf.